Und das BSW stellt Fabio De Masi und Thomas Geisel als Spitzenkandidaten für die Europawahl vor. Thomas Geisel ist ein SPDler, der tatsächlich sehr diffuse Positionen vertritt. Darauf wird Maurice Hörfkön vielleicht gleich noch eingehen. Fabio De Masi ist aber der Typ, der Maurice Hörfkön erst in den Bundestag geholt hat. Und das ist wirklich ein großer Pluspunkt für das BSW. Ich hatte ja schon gesagt, das ist der Top-Transfer des BSW in diesem Winter. Fabio De Masi. Und mal schauen, was Maurice Hörfkön über seinen alten Chef... Also Fabio De Masi war damals der Bundestagsabgeordnete und Maurice Hörfkön, der wissenschaftliche Mitarbeiter, hier im gleichem Wirtschaftsbriefing zu sagen hat. Noch ganz kurz eine interessante Meldung zu BSW, falls verpasst. Der ehemalige linken Abgeordnete Fabio De Masi wird EU-Spitzenkandidat für BSW. Transparenzhinweis, ich habe von 2020 bis 2021 für Fabio De Masi im Bundestag gearbeitet. Neutral äußern kann ich mich hierzu jetzt also natürlich nicht. Aber in Sachen Wirtschaft ist das interessant, wenn De Masi, der ja über Parteigrenzen hinweg zumindest geschafft hat, sich Anerkennung für seine Investigativarbeit zu Cum-Ex, zu Wirecard, zu sonstigen Finanzskandalen geschafft hat zu erlangen. Wenn der in die Talkshows kommt, wenn es um die EU-Wahl geht, seine Position zur Vermögensbesteuerung, Schuldenbremse kann man auch mit progressiv bezeichnen. Von daher, das ist ganz interessant für die Debatten. Auch interessant ist, wer neben De Masi kandidiert. Thomas Geisel war bisher eher unbekannt, früher bei der SPD, 40 Jahre bei der SPD. Sein höchstes politisches Amt war, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf zu sein. Geisel ist ein strenger Vertreter der Agenda 2010. Er fand das ganz toll, was Gerhard Schröder da gemacht hat. Der würde das am liebsten nochmal machen. Der schreibt in Gastbeiträgen, dass er genau das wieder braucht für Deutschland. Die Agenda 2010 hätte ja Wirtschaftswachstum gebracht und den kranken Mann Europas. Ja, Geisel, dem muss man wohl hinter den Kulissen nochmal kurz die ökonomischen Zusammenhänge der Agenda 2010 erklären. Dass das die Euro-Krise mit ausgelöst hat, dass das den deutschen Binnenmarkt 20 Jahre lang Stagnation beschert hat. Also nur die deutsche Exportindustrie ist gewachsen. Das Masseneinkommen ist in Deutschland von Anfang der 90er bis Anfang der 2010er überhaupt nicht gestiegen. Also das sind alles Dinge, die man Geisel wohl hinter den Kulissen wird erklären müssen. Das sind Streits, die man nicht öffentlich austragen sollte. Maurice Höfken, der wie gesagt gerade für die Linkspartei arbeitet und dem BSW sehr, sehr kritisch gegenübersteht, wie man das in vergangenen Wirtschafts-Talks vor allem bei seinem Gast Jens Brodersen gemerkt hat. Der schlachtet das jetzt natürlich ein bisschen aus, aber ja. Aus der Krise geführt und, und, und. Und das trägt natürlich eine gewisse Ironie in sich. Gleich zweifacher Hinsicht. Erstens wird da ein strammer Schröder und Agenda-Anhänger von denjenigen aufgestellt. Wagenknecht, Klaus Ernst und Co., die ja selbst, oder bei Wagenknecht muss man auch sagen, ihr Mann Lafontaine, der eine sehr relevante Rolle in der SPD gespielt hat, der Lafontaine und der Ernst ja ausgetreten sind aus der SPD, nachher die Linke gegründet haben, weil sie mit Schröders Politik, weil sie mit der Agenda 2010 unzufrieden waren und da nicht mit klarkamen und jetzt so einen zum Spitzenkandidaten zu machen und, naja, ein Agenda-Anhänger zum Spitzenkandidaten zur EU-Wahl zu machen, ist auch ökonomisch gesehen völlig blind, denn klar ist, die Agenda 2010 war eine wirtschaftliche Katastrophe für Europa. Niedriglöhne in Deutschland, niedrige Inflation in Deutschland, die dazu... Wie gesagt, Fabian Masi, der war einer der wenigen Politiker, der das verstanden hat. Die Agenda 2010 war natürlich eine Katastrophe für den Großteil der deutschen Bevölkerung und auch für unsere europäischen Handelspartner und das werden Leute wie Demasi hinter den Kulissen einem Thomas Geisel auch erklären müssen oder eben zumindest erklären, dass er sich nicht der Gestalt öffentlich äußern sollte, wenn er die ökonomischen Zusammenhänge auch nicht versteht. Also, ja, das ist eine der roten Linien, dass man Neoliberalismus absolut bekämpfen muss. ...zugeführt hat, dass während Frankreich 2% Inflation hatte, wie beabsichtigt ja und wie in den Regeln festgehalten und Italien 3%, sind jedes Jahr die deutschen Produkte im Vergleich zu den französischen und italienischen beigegebener Qualität günstiger geworden. Der Deutsche, Deutschland hat sich auf dem Rücken des Binnenmarktes und der Arbeiter in Deutschland zum Exportweltmeister hoch konkurriert, die europäischen Nachbarn Frankreich und Italien deindustrialisiert, niederkonkurriert. Insofern war die Agenda 2010 wirklich also sehr schlecht für Europa, gerade für die großen Nachbarn, die großen Industrienachbarn, die größten Industrieländer der EU, Frankreich und Italien. Und man macht da jetzt ein bisschen den Bock zum Gärtner, wenn man meint, mit so einem jetzt zur Europawahl anzutreten. Also, das ist wirklich ein Himmelfahrtskommando und auch kaum nachvollziehbar. Demasi war ein großer Euro-Kritiker und hat auch Deutschland als Exportweltmeister immer wieder kritisiert. Geisel muss das ja abfeiern, nichts anderes war die Agenda 2010. Ja, wie gesagt, man wird den Geisel schon, man wird ihn hinter den Kulissen über die ökonomischen Realitäten aufklären müssen. Und da werden Leute wie Demasi an den Tonhand geben, nicht wie Geisel. Also, das ist ja wirklich Unikum. Das scheint jemand zu sein, der sich die alte SPD zurückwünscht und die ökonomischen Realitäten während der Agenda 2010 so ein bisschen ausgeblendet hat und damals nur die Propaganda der Parteibosse gefressen haben wird. Nehme ich mal ganz stark an. Ich meine, er war ja Oberbürgermeister, er war ja jetzt nicht Bundespolitiker. Ich nehme mal an, das wird man schon ihm hinter den Kulissen klar machen. Schenk für die deutsche Exportwirtschaft. Man kann sich auch angucken, seit wann die Exportüberschüsse in Deutschland explodiert sind, nach den Jahren der Agenda 2010. Insofern ein spannendes oder interessante Personalentscheidung. Dann lasst uns... Die Bauernproteste, das ist ein Thema im nächsten Video. Aber war mal interessant, Maurice Höfkens Einschätzungen zu Fabio Demasi, Thomas Geisel, sowie den aktuellen Umfragewerten des BSW zu sehen.